hallo verehrte zuschauer liebe trader und freunde hier spricht der frank schuh von elliard weber live ich habe eine gold analyse für sie auf wunsch in den kommentaren da wurde nach gold und silberanalyse gefragt ob ich selber gleich noch schaffe werde ich sehen ich versuche es aber also legen wir los mit der gold analyse zuvor jetzt erst mal ein like da lassen und wenn ihnen dieses video ein mehrwert bietet abonnieren kommentieren teilen und meine möglichkeiten viele und sehr präzise und tiefgreifende analysen zu machen hängt sehr stark davon ab wie viele menschen bereit sind eine kanal mitgliedschaft abzuschließen wenn das der fall ist ersparen sie sich also letzten endes hier weitere abos denn hier bekommen sie so viel trading möglichkeiten wie sie letzten endes brauchen also ich würde mich sehr darüber freuen und los geht es mit der gold analyse wir schauen uns zunächst mal hier den tagesschart an also ja komm wir gehen mal in den wochenscheid wir schauen mal ein bisschen weiter zurück wir haben jetzt schon ein paar mal hier oben das hoch angekratzt das sogenannte allzeithoch das haben wir immer wieder mal gehabt das hatten wir hier oben hatten ja ein hoch das war das große hoch gewesen das war schon bereits 1921 aber wir sind dann nochmal drüber gegangen hier das erste mal hier das zweite mal jeweils über 2000 punkte und das ist die marke wohl er sich immer irgendwo gehalten hat hier haben wir jetzt also eine mehrfache begrenzung hier oben eine ein widerstand wir sind aber wieder ganz knapp davor seit der eins hier wenn wir da mal drauf gehen haben wir hier unten bei 1046 das heißt also nicht also ungefähr 900 punkte hatte der markt ja mit 70 prozent nachgelassen jetzt die welle drei die ist aber noch nicht zu ende denn sollte die weil der drei 161 8 prozent machen was erstmal die grundannahme darstellt dann landen wir am ende irgendwo bei 3070 punkten in den nächsten jahren hier in der zwischenzeit ist es dann aber so dass wir innerhalb dieser welle 2 hier eine welle 1 ausgebildet haben die welle 2 eine welle 3 hier unten erst jüngst im september eine welle 4 auf dem letzten tief bei 1614 punkte entschuldigung ich hatte es gerade nicht richtig gesehen und wir sind nun in der welle 5 um dann am ende diese welle 3 hier voll zu machen und jetzt gehen wir in den tagesschart gehen wieder hier in diese welle 4 das ist das wo wir gerade aufgehört haben und diese welle 5 die wir jetzt hier ausbilden ja die setzt sich zusammen aus dieser 12 und dann geht das so weiter mit drei vier und fünf diese marken hier schon mal das heißt das ziel dieser welle 1 liegt im bereich 2082 punkten ich hatte ja bereits darauf hingewiesen dass ich mich von meiner schnappsidee auf einen bärenmarkt zu setzen mit unter 1000 punkten wieder verabschiedet habe ja dass das passiert mir manchmal dann habe ich so eine idee und dann denke ich okay das sieht doch eigentlich viel besser aus von der habe ich mich aber verabschiedet kann man kritisieren natürlich kein problem ich stehe dazu ich mache auch solche sachen das passiert mir hier sind wir jetzt wieder generell in einem bullischen count das habe ich also vor einiger zeit wieder aufgegeben mit dem extremen wären nachdem wir hier oben wieder ein neues hoch ausgebildet hatten da wurde das dann nötig denn damit ist der bärenmarkt erst mal aus der welt wenn wir hier die vier nicht noch mal unterschreiten so in dieser welle 1 mit dem ziel bei 2082 punkten da haben wir jetzt im zuge dessen diese bewegung hier 1 2 3 4 5 hier haben wir eine verlängerte 1 eine welle 2 die 3 etwas kürzer sie darf kürzer sein sie darf nur nicht die kürzeste sein ja das verwechseln manche gerne ein bisschen der mutti muss auch die längste sein nein muss sie überhaupt nicht es gibt auch expandierende 1 und expandierende 5 nur statistisch betrachtet ist es hat öfters die welle 3 mehr muss die nicht erfüllen so und hier sind wir nun am ende dieser welle 3 angekommen jetzt gehe ich in vier stunden chart und von hier aus gesehen laufen wir nun aus meiner sicht in diese w x y kombination ja das hier ist jetzt nicht ganz sauber das muss ein bisschen nach links hier so und dann sieht das ganze so aus wie x y innerhalb der welle w gibt es noch mehr abc und kombinationsmuster das ist aber jetzt schon geschichte die ist abgeschlossen dazu gehe schon ziehe ich das mal ein bisschen auseinander wir sind jetzt hier quasi in der welle c der welle x und das ziel dieser welle sehe ich bei 2032 punkten diese diese welle wird vollzogen jetzt gehe ich in den stunden chart mit dieser abc bewegung so das sind jetzt konkret für die leute die das jetzt kürzerfristig betrachten die nächsten ziele hier ist der kurs ob man das jetzt handeln möchte das würde sich jetzt im moment nicht wirklich lohnen aber ich zeige ihnen hier noch mal wie es dann weitergeht so hier oben könnte man dann noch mal einsteigen und dann sollte man aber den stopp im bereich des allzeithochs setzen letzten endes dann könnte man hier oben einsteigen und das noch handeln oder schlicht und ergreifend abwarten diese welle 4 die dann folgt die landet im bereich 1960 punkten anschließend ein bisschen varianz ist da immer drin aber im bereich 1960 punkten zurück in den stunden chart damit wir uns das hier noch mal ansehen das sind jetzt die nächsten ziele die sie sich gerne merken können so wie ich sie sehe diese welle 4 die kann jetzt noch mal tiefer kommen dann wird das hier aber zu einem leading diagonal werden das heißt wenn diese welle a die jetzt schon fast die das ende der welle 1 erreicht hat wenn die ein bisschen weiter läuft dann wird es hier eine anpassung geben ansonsten wird der kurs jetzt direkt nach oben gehen aber anschließend wenn diese welle a beendet ist geht es noch mal unterhalb dieses kurses ja weil es dann ist ja die 4 beendet dann darf er wieder tiefer gehen dann landen wir hier im bereich 1990 bis 1995 punkten bevor wir dann den letzten anstieg machen in der welle c trading gelegenheit kann man hier jetzt ein zeichnen auf diesem stück würde ich das jetzt also ich selber gebe ja keine empfehlungen und ich selber werde auch das hier jetzt nicht handeln ich werde das jetzt beobachten und werde ihnen dann bei der nächste analyse wahrscheinlich dann hier eine möglichkeit anbieten können wie ich das auf fallende kurse dann möglicherweise trader das war es zum gold beachten sie bitte in der video beschreibung natürlich auf der einen seite den risiko hinweis dass dies hier keine anlage beratung darstellt und sie ihre eigene entscheidung treffen müssen und auch das risiko vertreten müssen aber ganz besonders auch den telegram kanal und den discord kanal die links finden sie in der video beschreibung natürlich alles kostenlos alles liebe der frank schuh von elia 12